Du siehst hier, wie du bei deinem Google Pixel 4 und Pixel 4 XL die SIM-Karte einlegst. An der linken Seite des Gehäuses findest du den Kartensteckplatz. Löse die Abdeckung mit dem SIM-Öffner und nimm den Kartenhalter raus. Leg die Nano-SIM in die Ausstanzung. Mit den goldenen Kontakten nach oben und der abgeschrägten Ecke nach rechts. Schieb den Kartenhalter jetzt wieder ins Fach und drück es fest zu. Schalt dein Smartphone ein. Wenn es hochgefahren ist, entsperre die SIM-Karte mit der PIN. Und jetzt viel Spaß mit deinem Google Pixel 4 und Pixel 4 XL. Dein Vodafone Team.